Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Hier ist ein neues Exemplar der Eingeschenkt-TV-im-Gespräch-Serie. Wir sind weit gereist heute nach Niedersachsen. Frohe Weihnachtszeit. Weihnachten, das ist so die Zeit der Besinnung und wo viele Leute sich Lichter an den Baum hängen. Und die alternativen Medien und auch wir sind natürlich bestrebt, dass dem einen oder anderen vielleicht auch noch ein Licht aufgeht. Insofern freue ich mich ganz besonders. Einen wertvollen Gast, von dem ich auch in meiner eigenen Prägung viel lernen durfte, persönlich kennenzulernen. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen und vielen Dank für das Interview, lieber Andreas Popp von der Wissensmanufaktur. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier bin. Wir leben in einer spannenden Zeit und viele Menschen nehmen die ja immer noch so wahr mit solchen Schlagworten, uns geht es doch gut, die Wirtschaft brummt, 70 Jahre Frieden, wir haben eine freiheitlich-demokratische Verfassung, eine funktionierende Demokratie, die Euro-Krise ist auch vorbei. In welcher Verfassung ist denn unser Land wirklich, lieber Andreas? Du hast das Amen noch vergessen hintendran. Ja, Amen. Also das ist, finde ich ganz... Passt auch besser zu Weihnachten. Das finde ich weit aus spannend. Naja, ja. Also bleiben wir bei dem ersten Ausdruck hängen. Es geht uns noch gut, das stimmt. Aber wenn man die Betonung eben halt auf das noch liegt, dann macht das Ganze natürlich Sinn. Und das ist das Hauptproblem. Wir leben in einer modernen Welt. Und modern kann man ja übrigens auch das Hauptaugenmerk auf das O legen, statt auf das E. Dann heißt es modern. Und modern und modern ist ja dasselbe Wort. Und wir leben in einer sehr modernen Welt. Und insofern haben wir hier tatsächlich eben halt eine noch gute Situation. Und ich denke mal, wenn man spürt, dass man noch sagt, dann bedeutet das, dass es in Gefahr ist. Und wenn man spürt, dass es in Gefahr ist, sollte man dort gegen angehen, solange man es überhaupt noch kann. Denn wenn der Punkt zu weit fortgeschritten wird, dann ist es nicht mehr möglich. Wer in der Armut gelandet ist, der kann nicht mehr viel erreichen. Wer aber noch im Wohlstand sich befindet, der kann sehr wohl noch etwas zu erreichen. Und zwar indem er sich als erstes entsprechend in Sicherheit bringt und dann eben halt auch aus dieser vielleicht sicheren Position heraus seine Arbeiten macht. Auch im Interesse der Allgemeinheit. Das ist zum Beispiel mein Weg, für den ich mich entschieden habe. Ja, sagt ja die Lufthansa auch bei jedem Flug. Bitte zuerst selbst diese Sauerstoffmaske und dann den anderen helfen. Genau, so ist es. Schön. Wir beschäftigen uns damit auf alternativen Medien natürlich generell. Ihr in der Wissensmanufaktur macht das seit vielen Jahren. Du hast das gegründet. Standortbestimmung. Finanzcrash. Demokratie. Wo befinden wir uns? Ja, fangen wir mit dem Begriff Demokratie an. Das finde ich ganz spannend, weil der Vorlage kann ich mir dann ja eins aussuchen. Es sind ja mehrere. Und Demokratie setzt sich ja aus zwei Bereichen zusammen. Es kommt aus dem Altgriechischen. Demos und Krathen. Demos heißt nicht das Volk, sondern das Dorf. Das heißt, das Volk war damals das, was man Dorf nannte. Das heißt, die Demokratie ist so aufgebaut, dass sie also nur auf der kleinsten Ebene überhaupt funktionieren kann, nämlich auf dörflicher Ebene. Was über das Dorf hinausgeht, kann also schon gar nicht mehr Demokratie sein. Das Zweite ist Krathen von der Krathie. Krathen heißt wörtlich übersetzt den Wagen ziehen, aber man kann auch sagen sich selbst verwaltend. Sich selbst ziehen. Ein sich selbst verwaltendes Dorf. Das ist die Demokratie. Und wir leben natürlich nicht in einer Demokratie, schon aufgrund der Größe. Übrigens finden wir das Wort Demokratie auch nicht im ganzen Grundgesetz, nicht einmal. Wir leben ja nicht in der Bundesdemokratie Deutschland, sondern wir leben in einer Republik. Das kommt aus dem lateinischen res publica, das Gegenteil von res privata. Und dieses republikanische ist etwas anderes als demokratisch. Und wir finden im Grundgesetz den Begriff demokratische Prinzipien im Rahmen einer Republik. Das klingt jetzt alles sehr, sehr akademisch, aber es ist ganz wichtig, weil es ist das Gegenteil von Demokratie. Weil die Demokratie auch eine Urform ist, die letztlich bestimmend ist, auch diktatorisch bestimmend ist. Eine Diktatur arbeitet nämlich mit einem Häuptling, also mit einem Führer. Und es gibt dann eben halt die Geführten. Aber nur auf kleinster Ebenen sind diese Dinge möglich, weil man dann auch noch herausbekommt, wenn einer falsch in der Führung agiert und entscheidet, dann kann man den Täter ausfindig machen. Wir haben ja heute eine Situation, dass wir eine Art Plutokratie haben. Und wenn denn was schief läuft, dann sagen wir, ich gehe zu meinem Bürgermeister in meinem Ort und der sagt, da bin ich nicht für zuständig. Das macht der Kreis. Dann bin ich beim Kreisvorsitzenden, die sagen, ja, da musst du zum Landtag. Dann bin ich beim Landtagsvorsitzenden, der sagt, du musst zum Bundestag. Die sagen, das ist eine EU-Frage. Und bei der EU sagen sie, das ist eine UN-Anweisung. Also das Problem ist ganz einfach, ich finde gar keinen Verantwortlichen mehr. Das ist die Atomisierung der Verantwortung. Und dann heißt es ja, deshalb kannst du ja wählen. Das heißt, wenn also etwas schief läuft, heißt es, du bist es letztendlich selbst gewesen, dass es schief läuft. Und jetzt gehe ich wieder wählen und wähle dann eben halt mit Motivation jemanden anderen, weil ich der Meinung bin, jetzt wird es besser. Ich kann aber nicht wählen, wen ich will, sondern nur den, der mir angeboten wird. Und der entspricht wieder denselben Kriterium. Und letztendlich erinnert mich das Ganze für das Volk wie ein Spiel, die Reise nach Jerusalem, wo die Musik spielt, aber in diesem Fall sind gar keine Stühle da. Und die laufen alle nur im Kreis. Und wir wissen ja, dass das Hamsterrad von innen, in dem wir arbeiten, ja aussieht wie eine Karriereleiter. Und die ersten stolpern, schollen und fallen auch schon raus und brechen sich dann das Genick. Das sind eben halt die logischen Folgen. Also es ist richtig, es geht uns noch gut im Durchschnitt. Aber wenn du 100.000 Euro im Jahr verdienst und ich verdiene gar nichts, dann haben wir beide ein Durchschnittseinkommen von 50.000, aber das bringt mich nicht weiter. Und insofern kann man sagen, es geht uns im Durchschnitt gut, ja, noch. Okay. Denken wir mal ein bisschen weiter. Es haben sich ja in verschiedenen Bereichen auch Richtungen ergeben, ich sage jetzt mal im Finanzwesen die Überschuldung, laufende Überschuldung. Und mit der Kriegsgefahr, dieses Vorrücken der NATO und diese Machtblöcke, die versuchen immer näher aufeinander zuzugehen, mit welchen Folgen auch immer, mit Bildung und Medien, Meinungsdiktatur, Zensur. Wo führt denn das hin? Ja, natürlich erst einmal zur völligen Verwirrung. Und das ist wahrscheinlich auch geplant. Wir dürfen nicht vergessen, dass heute in einer Tageszeitung mehr Informationen enthalten sind, als vor 200 Jahren einem normalen Menschen in seinem ganzen Leben wieder fuhr an Informationen. Das ist heute in einer einzigen Tageszeitung. Durch diese Überinformation und durch diese verwirrenden Informationen, dass zum Beispiel die NATO eben halt da plötzlich vorrückt und in Litauen und überall dort ihre Panzer stationiert, also provoziert natürlich sehr, sehr stark. Dann macht uns das Sorge, dass die vielleicht angreifen könnten. Ich bezweifle, dass die das angreifen. Nein, wir müssen mal zurück und die Grundlagen wieder hinterfragen. Und das kann man an einfachen Beispielen. Nehmen wir die Sowjetunion. Die Sowjetunion entstand 1917 in der sogenannten Oktoberrevolution, die übrigens eigentlich im Februar schon stattfand, aber das wird jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall ist es so, die Sowjetunion hat eben halt ihr sozialistisches Paradies eben halt vertreten, mit Gewalt auch verteidigt. 1953, 17. Juni, 68 beispielsweise in Tschechien oder Tschechosowakei und so weiter. Und 1989, ohne erkennbaren Grund, sagen die einfach, ich glaube, wir lösen den Laden auf. Irgendwie hat das ja doch nicht alles so geklappt. Einfach so. Es gab gar keinen Grund. Und plötzlich trifft sich da Reagan und Gorbatschow in Island, in Reykjavik. Ich war zu der Zeit auch in Island, aus Interesse. Und es ist dann sehr spannend. Und die Sowjetunion wird einfach so aufgelöst, ohne erkennbaren Grund. Und vergisst nebenbei noch Verträge zu machen, dass eine Aufrüstung der Anrainerstaaten an der alten Sowjetunion nicht möglich ist und so weiter. Also daran sehen wir, dass wir nicht einmal ein Mindestmaß an Logik einhalten müssen, um den Menschen den größten Unsinn zu verkaufen. Und diese Frage, warum das aufgelöst wurde, wurde nie gestellt. Und das ist eben halt dieses systemische Denken. Wir glauben einfach das, was man uns erzählt. Oder die Auflösung der DDR, die natürlich unter der Bevölkerung oder dem Volk, es ist ja der richtige Begriff, unter dem Volk der DDR natürlich dann aufgelöst wurde. Aber natürlich auch nur deshalb, weil es auch insgesamt passte. Sonst wäre das natürlich nicht gegangen. Sonst hätten wir wieder den 17. Juni gehabt. Und das sind eben halt diese Dinge. Und solange wir diese einfachsten Dinge nicht hinterfragen, sondern irgendwie als gegeben hinnehmen, brauchen wir uns über weitere Dinge kaum noch unterhalten, weil man kann den größten Unsinn den Menschen verkaufen, ohne Angaben von Logiken. Und scheinbar deswegen, weil die Menschen entweder den Medien vertrauen oder sich einfach die Mühe nicht machen, Dinge, die uns wie selbstverständlich präsentiert werden, auch mal zu hinterfragen. Also ich glaube, die Fähigkeit zu hinterfragen ist eigentlich die elementare Fähigkeit, gerade bei den Dingen, die uns so offensichtlich als gottgegeben präsentiert werden. Es gibt natürlich Alternativen. Wir sehen, uns geht es noch gut, wie du sagst. Ohne jetzt tief in das Finanzwesen und in die Bildung und sowas einzusteigen. Es gibt natürlich Alternativen. Ihr in der Wissensmanufaktur habt ja diesen Plan B beispielsweise entwickelt und auch präsentiert, der vielen Menschen ein wesentlich besseres Leben, ein einfacheres, ein sicheres, nachhaltiges Leben ermöglichen könnte. Trotzdem sind ja Alternativen in der breiten Bevölkerung weitgehend unbekannt. Die Bevölkerung, denke ich, würde sich diese Alternativen wünschen. Sie werden aber nicht transportiert in den großen Medien oder in der Bildung. Klar. Wie erklärst du das? Naja, wir müssen es einfach erkennen. Dieser Plan B zum Beispiel ist ja letztendlich ein Gedankenmodell, eine Struktur, die über jahrzehntelange Arbeit entwickelt wurde und weitaus größer ist als all das, was wir veröffentlicht haben. Das, was dort in der Veröffentlichung in unserem Plan B ist, sind ausschließlich Überschriften auf 36 Seiten, glaube ich, massiv komprimiert, in zig verschiedenen Sprachen übersetzt, als hochinteressant befunden, aber die Masse liest es gar nicht mehr. Wir sehen, dass YouTube-Videos, die über acht Minuten hinausgehen, im Prinzip von vielen schon gar nicht mehr gesehen werden, weil sie gar keine Lust mehr dazu haben. Und auch die Konzentration. Wir sind schon fast durch. Und die Konzentration. Also schaltet noch nicht ab, es geht noch weiter. Das ist ja genau. Aber das ist eben halt unser Hauptproblem, was wir letztendlich haben. Das heißt also, wir haben alleine schon die Begrifflichkeiten, diese Schlampigkeit mit den Vokabeln. Du sagst Bevölkerung. Es ist ja auch so ein Problem. Bevölkerung ist auch so ein Begriff, den wir kennen, den man uns eingeprägt hat. Es ist ja ein Vorgang. Bevölkerung ist ja nicht das Volk. Richtig. Also Arbeit ist was anderes als eine Bearbeitung. Richtig. Ja, und ein Volk ist was anderes als eine Bevölkerung. Richtig. Und das ist eben halt der Unterschied. Und das ist ja ein Vorgang, der da stattfindet. Und es ist ja auch richtig, es ist ja ein Bevölkerungsvorgang. Wir sind in einer Situation, dass wir mit Problemen konfrontiert werden, die eigentlich gar nicht da sein müssten, um sie zu lösen in Richtung bestimmter Gruppierungen derjenigen, die davon partizipieren. Cui bono. Die Sachen sind alle bekannt. Die Ursachen sind bekannt. Und der Plan B ist letztendlich auf der Basis unserer heutigen Gedankenmodelle. Das soziale Geldsystem. Geldsystem. Also ein Geldsystem, welches in sich selbst eben halt den Naturgesetzen entspricht, wo Gier und Neid dazu nicht führt, dass einige sich bereichern können. Wenn einer besonders gierig ist, dann kann er nicht unendlich viel Vermögen anhäufen, sondern alle anderen partizipieren klein von der Gier auch mit. Das heißt, es verändert sich plötzlich eine ganze Grundstruktur, das soziale Bodenrecht. Da sagen sofort dann natürlich alle, wie können die sowas machen. Das ist ja Bodenrecht, das ist ja Sowjetunion und so weiter. Und man fühlt sich dann natürlich, wenn man dann ein blaublütiger Fürst in der heutigen Zeit ist und sagt, meine Groß-Groß-Groß-Großeltern haben in dem 13. Jahrhundert unser Gebiet absolut rechtlich korrekt geraubt. Und aus diesem Grunde haben wir da einen Rechtsanspruch drauf. Also irgendwann muss es ja mal alles annektiert worden sein. Wer kann das Recht haben? Und diese Grundgedanken fehlen uns. Wer kann Wasser verkaufen? Wer kann eigentlich Land verkaufen? Hat jemals irgendeiner einen Quadratmeter Land gebaut oder einen Kubikmeter Wasser produziert? Die Grundlagen und Rohstoffe, die wir zum Beispiel haben, die werden einfach annektiert. Nicht die Krim. Die Rohstoffe werden annektiert. Also wir müssen da einfach denken, diese Problematik, dass wir überhaupt erstmal wieder in der Lage sind, klare Strukturen an Denkmechanismen aufzubauen, wieder exakt zu unterscheiden. Richtig. Dazu fehlt uns aber das Vokabular. Ich glaube, Goethe hat ein Vokabular von 26.000 Worten meines Wissens und der heutige Akademiker 8.000 Leute, 8.000 Worte, die er so täglich nutzt. Der Normalbürger war es um 3.000, der Bild-Zeitung-Leser wahrscheinlich um die 300. Das ist so ein bisschen mehr als ein Hausschwein. Auf jeden Fall ist das eben halt das Hauptproblem, was wir haben. Die Verblödung hängt natürlich auch mit dem Frust zusammen. Die Leute können die Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Sie können es auch nicht mehr isoliert wahrnehmen. Und aus diesem Grunde wird es sehr, sehr schwierig, durch die Medien und durch diese gesamten Massenmanipulationen überhaupt noch durchzudringen mit zusammenhängenden, einfachen Strukturen. Richtig. Und viele dieser Probleme, die ich auch eingangs beschrieben habe, hängen ja auch im Wesentlichen mit Mechanismen der Umverteilung zusammen. Dass nicht nur im Finanzsystem, sondern auch beispielsweise über das Bodenrecht oder über Privatisierung von Rohstoffen die Menschen quasi den Rohstoffen oder den Ressourcen beraubt werden, die eigentlich jedem zu gleichen Teilen zustehen müssten. Konzentriert, privatisiert, deswegen Beraubung. Und damit die Menschen quasi eine Angst entwickeln aus dem Mangel heraus. Für ihre eigene Sicherheit, für die Versorgung, für die Altersversorgung und so weiter. Für Elendungsangst. Richtig, ganz genau. Diese Schraube lässt sich natürlich nicht ewig weiter drehen. Wie kriegt man denn da die Kurve? Ist der Zug schon längst abgefahren? Ich denke ja. Aber das ist auch nicht wirklich tragisch. Denn wenn wir beispielsweise 30, 40 Jahre zurückgehen, waren wir in einer ähnlichen Situation wie heute. Denn das waren dieselben Grundstrukturen, Wachstumswahn, Wachstumszwang, verzinstes Geldsystem, Umverteilung, Annexion von Rohstoffen, von Gebieten. Früher haben US-Amerikaner das verteidigt, was sie hatten. Heute verteidigen sie, was sie gern hätten. Und er fragt sich natürlich schon, warum der Herrgott eben halt bei den Mullahs das Öl jetzt vergraben hat und nicht bei ihnen, wo es ja eigentlich hingehört. Und das ist eben halt die Argumentation, mit der hier gearbeitet wird. Und ich denke ganz einfach, dass der Zug an der Stelle schon abgefahren ist. Aber nicht im negativen Sinne, sondern in Form eines Umbruches. Es gab zwei Möglichkeiten. Einen Umbruch friedlich und geordnet ablaufen zu lassen oder ungeordnet. Und ich glaube, der zweite Fakt tritt jetzt ein. Ja, das sind ja Naturgesetze. Genau. Da gibt es ein Point of no return und dann bricht es halt irgendwann zusammen. Ja. Wie eine Statik von einem Haus, wenn es zu sehr belastet wird. Trotzdem würden ja viele Leute sich gerne engagieren, um vielleicht einen geordneten Wandel herbeizuführen. Und ich selber stelle mir manchmal die Frage, lohnt es sich, sich zu engagieren, um möglicherweise einen Wandel herbeizuführen mit meinen bescheidenen, begrenzten Mitteln? Oder soll ich mich einfach frustriert zurückziehen und erst mal mich selbst versuchen, in Sicherheit zu bringen? Ja, man kann sich aber auch mit Freude selbst in Sicherheit bringen, ohne frustriert zu sein. Das fände ich viel besser. Weil wenn wir eines erkennen, dass... Situation eigentlich daraus begründet, so nach dem Motto, ich kann es ja eh nicht ändern. Also gucke ich jetzt, was ich für mich persönlich tun kann. Richtig. Ja, aber das ist nichts Schlimmes. Okay. Wir müssen einfach eines erkennen. Wir können jetzt versuchen, noch möglichst viele Menschen zu erreichen, indem wir auch mit blindem Aktionismus Leuten noch mehr Informationen geben, die es noch besser verstehen und dann immer noch nichts tun werden, weil sie aus dem Sofa nicht rauskommen. Sie kommen aus dem Liegestuhl nicht raus. Und das ist die Trägheit der Menschheit in sich. Und ich sehe diese Menschen, wie sie da so als Zombies durch die Städte taumeln und dann macht das mir schon Sorgen. Und was macht es für einen Sinn, wild noch da rein zu argumentieren? Man kann Strukturen, kurz und einfach, aber ohne blinden Aktionismus, nach außen tragen und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe es verstanden, ich werde da mal weitergehen und muss dann seinen eigenen Weg finden. Die Zeit, wo wir versuchen wollen, mit Menschen irgendwas Allgemeines zu verändern, ist aus meiner Sicht vergebene Liebesmühe. Aber das ist kein bisschen frustriert, sondern das ist einfach die Anerkennung von irgendwelchen Zusammenhängen, die ich dann als Tatsache für mich erkenne. Es ist nicht die Wahrheit, sondern meine Wahrnehmung. Und ich komme dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich sage, ich versuche schon andere Menschen davon zu überzeugen, aber ganz konkret im Einzelfall und zwar einer, der es wert ist und einer, der die Sehnsucht hat, es auch zu wollen und nicht einer, der träge ist. Es muss eine Sehnsucht da sein. Es muss eine Demut da sein. Wenn es ein Mensch ist, der nicht einmal ein Gefühl dafür entwickeln kann, ich sage bewusst Gefühl, normalerweise eine Empfindung, ein Samenkorn in die Erde zu stecken und das Zehnfache daraus resultiert, das einer Kartoffel zehnmal. Das ist ein Wunder, ein unglaubliches Wunder. Die meisten Menschen sehen es nicht mehr. Was wollen sie mit einem Menschen machen, dessen Leben auf irgendeinem Megabyte RAM abläuft in irgendeinem Computer und der jeden Tag irgendwelche Hubs kalibriert oder wie man das immer nennt. Also ich arbeite noch mit Windows 54, da steht noch Adler drauf und das ist auf jeden Fall so. Und da muss man noch das Farbband wechseln vom Computer. Also für mich ist das so, ich habe da auch versucht, mich rauszuhalten und ich habe vor allem versucht, mich auch aus diesen Masseninformationen rauszuhalten. Wenn uns zum Beispiel, was sind denn Schiiten und Sunniten, das ist für die Westeuropäer so ziemlich alles dasselbe. Aber wenn ich einen dort frage, der würde sagen, das ist das glatte Gegenteil, ein Sunniten sage, bist du auch ein Schiite, wo ist denn da der Unterschied? Ja, genauso würden, wenn ich jetzt in Irland bin und ich hätte einen Katholiken und ich hätte einen Protestanten, dann würde ich jetzt einen Araber fragen, wie siehst du denn diese Leute? Der sagt, das ist beides dasselbe. Aber gehen wir nach Irland und sagen wir, dass es beides dasselbe ist. Da gibt es Kriege drüber in Irland. Und das ist das Problem, die Wahrnehmung und die Wahrheit. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Und wir können nur regional in kleinen Strukturen denken. Und dort finden wir auch die Lösung in der Natur. Mit anderen Worten, du sagst, bei vielen Menschen ist es wohl verlorene Liebesmühe und du wirst die erkennen an ihren Taten. Du sollst sie erkennen an ihre Taten. Ich möchte nicht, dass das so klingt, als würde ich da irgendwie richten. Das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Weil jeder Mensch muss selbst für sich entscheiden. Es gibt ein Gesetz der Wechselwirkung. Wenn ich Mais sähe, dann kann ich keinen Hafer ernten. Logisch. Ja, so einfach ist das Ganze. Und wenn ich etwas Blödes mache, dann kommt da auch nichts Tolles bei raus. Und wenn ich negativ bin, kommt nichts Positives zurück. Und andersrum genauso. Wenn man diese Gesetze der Natur beherrscht, dann kann jeder für sich selbst entscheiden, welchen Weg er einstiegt. Ich sage doch nicht, du bist jetzt nicht mehr dabei und darfst mir nicht mehr zuhören. Das wäre mir natürlich fremd. Mir geht es wirklich darum, dass ich sage, ich bin fröhlich. Ich bin auch sehr positiv gestimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir mal aufrichtig zu uns selbst sind, wir wissen doch, dass wir einen Umbruch der Menschheit brauchen. Alles, was wir jetzt auch noch verzögern, bedeutet natürlich auch eine Verlängerung des Leidens. Ja, und vielleicht auch eine Vergrößerung der Fallhöhe. Das kommt dazu. Und deshalb kann man sich eben halt vorbereiten, auch in dem Sinne, dass man erst einmal ganz sachlich, ganz nüchtern, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel sich in ein Gebiet hinzieht, wo man wohnt, wo man sicher ist, wo man sich sicher fühlt und wo man mit Gleichgesinnten zusammenkommt. Nun wissen alle, dass ich mich für Kanada entschieden habe, schon vor vielen Jahren. Und jetzt muss das aber nicht jeder, nicht jeder kann Kanada sich leisten, weil das ist, wo ich lebe, das ist für mich der sicherste Bereich und den ich ermittelt habe, nach ganz bestimmten Kriterien. Aber das kann nun mal nicht jeder. Das tut mir auch leid. Aber man kann zumindest in seinem Umfeld etwas tun. Und viele machen da gar nichts mehr. Viele sitzen vor ihrem Computer, noch eine Information der Alternativen, noch eine alternative Information, noch eine Alternative und noch mehr Frust. Und sie deprimieren dafür, anstatt, irgendwann habe ich es verstanden, da brauche ich nicht mehr jedes Ding, den Migrationspakt oder Menschenhandelspakt, den brauche ich dann gar nicht mehr groß noch diskutieren, weil das gehört einfach mit zu diesem Szenario des Umbruchs der Menschheit. Lieber Andreas, viele glauben ja auch, dass es da eine Partei gäbe oder geben müsste, die für uns irgendwas zum Positiven regelt. Eben aufgrund dieser Ängste, die doch bei vielen dominant sind in ihrer Ausrichtung. Viele Leute wissen ganz genau, was sie nicht wollen, aber was sie wollen, wissen sie nicht so genau. Genau. Wie schaut denn das aus? Deine Einschätzung, gibt es eine parteiliche Lösung in unserem heutigen System? Nein. Partei kommt von Pars Populi. Und Pars Populi ist letztendlich eine Beschreibung einer skrupellosen Spaltung des Volkes. Populi ist das Volk. Und wenn wir jetzt den Volksteil spalten, eine Partei hat einen Fokus auf eine Volksgruppe. Unternehmerpartei, Umweltpartei, Arbeiterpartei, die alte SED oder Linke heißt sie jetzt, die hat eben wiederum andere Zielgruppen. Das Gemeinwohl ist aber unparteiisch. Also über das Thema Parteien lassen sich Probleme grundsätzlich nicht lösen, sondern Parteien sind die Ursache der Spaltung und nicht die Möglichkeit der Lösung, ein Gemeinwohl zu stimulieren. Das ist nicht möglich. Nein, jeder muss bei sich selbst anfangen. Leider hat man uns nicht mehr die Möglichkeit gegeben, die kleinen subsidiären Prinzipien Familie, Sippe, Dorf, man hat sogar die positiven Begriffe wie Sippe negativ belegt. Na, das ist vielleicht so eine Sippe. Negativ. Einer der wunderbarsten Begriffe der Sippe, die großgefasste Familie, die sich hilft, die soziale Strukturen, ein Kommunitarismus. Das kennen die meisten gar nicht. Dass der Mensch in einem sozialen Gefüge sich einbringt und auch seine Gemeinwohlaufgaben kennt in einem Gebiet, in dem er lebt, das ist ja gar nicht mehr bekannt in der heutigen Zeit. Ist auch viel zu intellektuell, versteht auch kaum noch einer. Aber die, die es verstehen, die verstehen es. Und die brauche ich auch gar nicht mehr stimulieren. Die sind schon manchmal weiter als ich selber. Und es hat sich schon eine Gruppe herausgebildet, die die Sehnsucht hat, diesen Umbruch durchzustehen und für das danach gewappnet sind. Es gibt nämlich eine Zeit danach. Wir sollten uns gar nicht mehr so lange damit beschäftigen, wie wir das System halten oder regeln oder was steuern und auch ändern können. Und Partei hier, Partei da, wozu? Dann stelle ich mal eine andere Frage. Wie können wir den Umbruch beschleunigen dann? Beschleunigen wir schon. Ich brauche nur die ARD-Tagesschau angucken oder sonst irgendetwas. Da sehe ich ja nur Brandbeschleuniger. Also insofern sehe ich, dass das schon alles brennt, die Hütte brennt. Und das ist halt so bei, also insofern brauchen wir da nicht viel machen. Wir sollten uns auch nicht überschätzen. Wir sind einfach im Rahmen unserer Schöpfung, in unserer Einheit so ziemlich am Rande und haben relativ stark versagt in unserer Art durch unsere Fehlentscheidungen und machen es weiter wieder besseren Wissens. Und das ist das Problem. Wir haben also eine Gruppe von meinetwegen Zweien und es gibt 98, die unter diesen zwei Personen leiden. Und die 98 sagen, wir können ja nichts gegen die unternehmen, weil die zwei sind einfach zu viele. Und die Absurdität ist eben halt dann klar. Und wir können den Menschen alles verkaufen. Negativgeld zum Beispiel, Schulden. Ich meine, Schulden ist das Dümmste, was es gibt. In der ganzen Natur gibt es keine Schulden. Oder hast du schon mal irgendwo einen Sack Minuskartoffeln gesehen? Das gibt es nicht. Also wenn ich einen Raum habe und da sind fünf Menschen drin und acht gehen raus, dann müssen drei wieder reinkommen, dass der Raum leer ist. Da sagt jeder, was ist denn das für ein Blödsinn? So ist das Geldsystem aber genauso. Da sagt es keiner, dass es Blödsinn ist. Das ist für uns völlig normal. Das Verhalten der Menschen ist ja aus meiner Sicht weitgehend angstgetrieben. Wenn du das nicht tust, dann das. Wenn du das nicht tust, dann das. Und so lassen wir uns in gewisser Weise steuern. Wenn du nicht arbeitest bis 67, hast du keine Rente und so weiter. Sind wir Menschen mit unserem Intellekt, den wir so hoch schätzen, vielleicht damit sogar irgendwo fehlprogrammiert? Und einen Apfelbaum kann ich zum Beispiel nicht im Frühjahr bedrohen und sagen, wenn du keine drei Kisten Äpfel trägst, dann säge ich dich ab. Wir sind nicht fehlprogrammiert, weil die Schöpfung, in der wir leben, ist perfekt. Aber wir haben einen freien Willen. Und wir können natürlich durch Fehlentscheidungen, die sich kollektiv ausweiten, das Dunkle weitet sich genauso kollektiv auf wie das Helle. Es liegt in unserer Macht, in welche Richtung wir uns entwickeln. Und wenn diese Macht sich in dieses Dunkle immer mehr manifestiert und die morphogenetischen Felder immer dramatischer wird, ich merke das, wenn ich hier in Deutschland lande, dann komme ich auf den Flughafen und ich habe einen Druck auf der Seele. Ich spüre richtig, es ist schwer, es ist ganz schwer. Ich muss erst mal ankommen, weil die dichte Bevölkerungsdichte, die vielen negativen Gedanken, die vielen negativen Erfahrungen, die Ängste. Und wenn ich dann eben halt solche, die Nachrichten oder die entsprechenden Informationen dazu bekomme, die völlig abweichen von den täglichen Dingen, die ich so erlebe. Also ich habe hier noch keinen Mann gesehen, der zu seiner Frau gesagt hat, du geh ab 17 Uhr nicht mehr joggen, sei vorsichtig, da draußen sind überall Rechtspopulisten. Also da ist noch keiner mit dem Messer gesichtet worden. Aber wenn ich dann sehe, habe ich das Gefühl, das wäre das größte Problem, was wir zurzeit haben. Und tatsächlich gibt es viele Morde und auch viele Dinge, die an Verfehlungen gelaufen sind, mit Ansage. Ich meine, es ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen, was hier läuft. Also wenn ich sehe, dass es Zeitschriften gibt, die über Geheimdienste verteilt werden, an zum Beispiel bestimmte arabisch motivierte Menschen über den Dschihad, und auch über den europäischen Dschihad, wo Anleitungen sind, wie man einen Zug zum Entgleisen bringt, wo man Anleitungen bringt, wie man eine Bombe baut, wie man Anleitungen bringt nach dem Motto, die sind im Internet sogar aufrufbar, das sind regelrechte Magazine, wie man Anleitungen bringt, dass man nicht zu viele Anschläge auf einmal machen sollte, sondern nur ab und zu mal einen und warten, bis dann der große Angriff kommt. Und diese ganzen Dinge sind ja nicht irgendwo unbekannt und die Geheimdienste kennen das sehr wohl. Und man ignoriert es oder man hat es zu ignorieren oder man will es ignorieren. Ich weiß es nicht. Ich habe nur diese Dinger gesehen und die kann man auch finden. Und dann steht man plötzlich da und ist fassungslos. Mir fehlen mittlerweile nicht nur die Worte, sondern mir fehlen da schon zu die Gedanken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu denken soll, zu diesem ganzen Wahnsinn, der hier läuft. Ich bin manchmal völlig fassungslos. Es ist auch sehr spannend. Es belastet mich selbst sogar noch, dass ich das sage, obwohl es eigentlich der Weg in die richtige Richtung ist, in den Umbruch hinein. Weil wie lange wollen wir das Theater denn noch führen? Ja. Ich bin ja auch erstaunt, wie geduldig die Menschen irgendwie auf Besserung hoffen. Denn gerade wenn man jetzt zum Beispiel diese Einwanderungsproblematik nimmt, das ist ja keine Flüchtlingsproblematik, es ist ja eine Einwanderungsproblematik, die zwar auf natürlichem Wege über einen längeren Zeitraum vielleicht auch stattgefunden hätte, aber jetzt nicht so massiv forciert, wie das derzeit stattfindet. Und die Menschen wünschen sich natürlich was anderes, die haben natürliches Empfinden. Hier stimmt was nicht. Auch Angstempfinden. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, es gibt offensichtlich Strukturen oder Interessen, die hier tatsächlich das Chaos hervorrufen wollen. Ich kann ganz offen sagen, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann den Leuten hier der Kragen platzt und wir plötzlich sowas wie einen Bürgerkrieg haben. Ja. Das kurbelt dann die Wirtschaft an. Ich meine, Kriege gibt es ja in vielen Formen. Und wenn ich mir ansehe, wie man den New Deal 1933, der nicht funktionierte, um die amerikanische Wirtschaft aus der Taufe zu heben, nachdem sie platt war, dann doch wieder in Gang bekam durch die ganzen nachfolgenden Aktionen, die uns ja auch sehr stark belasteten in unserem, dann merkt man eben halt, wie man Wirtschaft ankurbelt. Und dann weiß man eben halt, was die eigentlichen Trigger sind, warum wir das Ganze machen. Und wir wissen es ja eigentlich alles. Ja, wir wissen eigentlich. Auch die Konstruktion der Europäischen Union ist ja eigentlich eine Wirtschaftsinteressengemeinschaft. Das ist ja keine Gemeinschaft, die das Wohl der Menschen zum Wohle hat, sondern der Wirtschaft. Ja, natürlich. Das ist ein Lobbyistenkäse, der sich da separiert hat und der von dort aus natürlich steuert. Und dazu braucht man dann auch entsprechende Ausführende. Und dafür hat man dann eben halt seine Parlamentsfüllmassen. Ja, stimmt. Ich möchte hier vielleicht, weil du bist bekannt für deine Begriffsdefinitionen, dir vielleicht den einen oder anderen Begriff mal geben. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Thema Staat. Aufgaben eines Staates. Die Frage ist, was ist Staat? Einer der am schwersten zu definierenden Begriffe. Staat kommt von Status. Status ist Stand. Stand ist abgeleitet der Vermögensstand. Staat ist also offensichtlich derjenige, der die Führung hat und das ergibt sich aus den Vermögen. Übrigens in Französisch heißt es Staat, Etat. Ein sehr deutliches Wort und eine klare Richtlinie, wohin es sich führt. Und die Statisten, die wir haben in den Parlamenten, sind ja letztendlich wiederum andere als diejenigen, die in der obersten Struktur der Führung dieser Statisten liegen. Klar, das ist ein Brot, ich esse das ein Lied, ich singe. So, wir waren bei der Einwanderungspolitik. Humankapital. Naja, das ist eben halt mittlerweile die perfide Form der Diskriminierung von Menschen. Das nutzen wir ja in der Wirtschaft ganz normal. Aber das entspricht ja letztendlich auch der heutigen modernen Zeit. Da sind wir wieder dabei. Wir können noch einfacher rangehen und das Humankapital ist natürlich schon so ein Ausflugs. Aber wir brauchen uns doch nur beobachten, eine Werbeagentur. Die haben eine sehr hohe, hohes Ansehen, Werbeagentur, Werbedesigner, Werbestrategien. Nichts anderes als Feldherren eines Krieges. Da gibt es dann eben halt irgendwelche Werbemanager, die sagen, wir haben von unserer Konkurrenz Gebiete erobert. Wir haben ihnen Marktanteile weggerissen. Das sind ja richtige Kriegszüge, die da laufen. Die müssen jetzt ihre Leute entlassen. Und wir haben jetzt unseren Markteinteil um so und so viel zu vergrößern. Eerobert, ja. Ja, erobert. Das ist so. Und wenn ich dann sehe, dass dann solche Dinge herauskommen, wie zum Beispiel eine BlackRock und Herr Merz als einer der führenden Personen von BlackRock hier jetzt plötzlich seinen Sinn für das Wohlen der Gemeinheit entdeckt hat, dann müsste ich ihm das einfach mal glauben, weil ich glaube, er macht das Gute in Menschen. Und ob das dann so ist, das weiß ich nicht. Und das wird die Zukunft zeigen. Und ob da die anderen, die Frau sparen oder Herr sparen, glaube ich, weiß ich nicht, und Karrenbauer, wie die alle heißen, also ob die nun besser sind, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist ja einfach schon oft auch eine Beleidigung mittlerer Intelligenz, wenn man sich diese Auswürfe, die da in das Mikrofon reingestammelt werden, einfach mal auf der Zunge zergehen lässt. Und mich beleidigt das manchmal. Aus diesem Grunde höre ich es mir auch gar nicht mehr an und mache einfach aus. Ich habe den Eindruck, das ist so, wie wenn die Hochleistungskühe in so einem Stall die Farbe der Arbeitskleidung des Bauern bestimmen dürfen. So ungefähr? Ja. Ja, ja, klar. Unterm Strich sagt er dann trotzdem, wir müssen zusammenhalten, die Zeiten sind schwer, wir brauchen drei Prozent Wachstum. Also wenn wir die Machtstruktur erkennen, dann wissen wir, dass wir die führende Struktur der Finanzmacht, die natürlich an der obersten Spitze steht, gefolgt von der Medienmacht. Und die Medienmacht und die Finanzmacht, das sind die Strukturen, die letztendlich die Führung sichtbar übernommen haben. Das sind die Beleuchteten. Ja, und dann haben wir eben halt eine Grenze und darunter kommt dann das, was eigentlich in sich rollierend mehr oder weniger dranhängt. Das ist die politische Kaste, die Politiker selbst bis hin zu den Präsidenten, die sich bei den Medien ihre eigenen Ressourcen erbetteln müssen. Ja, das ist ja das Verrückte. Ja, und darunter eben halt das sogenannte Volk oder die Menschen, die untertanen, die dann im Prinzip ihre Führer raussuchen dürfen. Und wenn dann mal einer nicht so richtig passt, ich habe gestern eine Sendung gesehen durch Zufall hier im Hotel. Ich war im, ist ja selten, dass ich den Fernseher anmache, aber im Hotel findet man den mal. Und dann ist das so, da war Markus Lanz, glaube ich. Und da war ein Mensch, Christopher Clark, ein Historiker aus Australien, der ein Buch geschrieben hatte, der soll ein relativ bekannter sein, der hat dann über Donald Trump gesprochen. Und er sprach über Donald Trump, über seine irrwitzigen Ideen, die er ständig twittert. und sagte dann in einem weiteren Satz, wen interessiert das eigentlich, was dieser, ich muss jetzt überlegen, dieser dumme oder dieser faule und ungebildete Mensch überhaupt abgibt. Man muss sich mal vorstellen, das sagt er über Donald Trump, den amerikanischen Präsidenten. Man mag von ihm halten, was man will. Ich habe mir vorgestellt in dem Moment, was wäre gewesen, wenn vor vier oder fünf Jahren das jemand über Obama gesagt hätte. Ich glaube, da wäre aber Alarm. Ja, aber wirklich Alarm gewesen. Und hieran merkt man, dass eine neue Stufe der psychologischen Gewalt hin zur Tyrannei überschritten wurde. Sehr spannend. Wie Personen plötzlich sichtbar machen, welche Bilder die Medien in unsere Köpfe transportieren wollen. Feindbilder, gut böse. Und in diesem Beispiel auch, wie sich quasi ein Medienvertreter über den Herrn Trump stellt, um über ihn zu urteilen in dieser Art. Sehr spannend. Unwidersprochen. Ja, auch noch. Unwidersprochen im ZDF. Na, klasse. Und das einfach auf diesem Level. Und ich habe nur gedacht, wow, wo sind wir jetzt gelandet? Das hatten wir nun wirklich schon mal. Ja. Aber Sie werden wieder sagen, wenn in 100 Jahren unsere heutige Geschichte durchgenommen wird und alle sind entsetzt über die Entwicklung des Jahres 2018 und über die völligen Fehlstrukturierungen, und Fehleinstellungen einer wirklich, naja, und man wird dann sagen, und die Leute werden wieder sagen, sie haben nichts davon gewusst. Haben wir schon mal gehabt. Aktiv weggeschaut oder verleugnet. Wie auch immer. Egal. Vielleicht ganz zum Schluss, ich selbst bin Finanzdienstleister und wir machen natürlich diese ganzen Diskussionen, Euro, Staatsverschuldung, Target-2-Salden, Rettungsschirme und so weiter. Aber, ja, damit beschäftige ich mich nämlich auch. Ich hatte da so eine kleine Vorstellung entwickelt, wie wäre es denn Beispiel, wenn die Staaten, die zwar untereinander Handel treiben, einfach sagen, okay, am Ende des Jahres muss das Handelsdefizit ausgeglichen werden. Wir bauen keine Schuldenberge untereinander auf und wir haben dann auch nicht mehr Angst, dass einer pleite geht. Ist das für einen begrüßenswerten Gedanken oder liege ich da irgendwie völlig falsch? Nein, du würdest da schon richtig liegen, aber es ist trotzdem völlig falsch, wenn das keiner will. Ach so. Das Problem ist ganz einfach, wir arbeiten ja, das hat ja was mit Logik zu tun und Logik ist in unserer Zeit nicht mehr angebracht. Ach so. Also man verbietet in Deutschland die Dieselfahrzeuge, nur mal angenommen. Ja, ich habe gerade gelesen von dem Dieter Nuhr, der ja ansonsten mehr sich deutlich macht, auch für eine Mainstream-gerechte Kritik. Also er ist ja relativ entspannter und er ist ganz witzig, aber ich habe da so ein bisschen auch dann irgendwann gedacht, da kommt nicht mehr so viel. Aber er hat neulich was gebracht, was mir mal gefallen hat, ausnahmsweise, weil seine Art mag ich eigentlich, mit seiner Art könnte er wirklich was bewegen. Er hat gesagt, die 15 schadstoffintensivsten Schiffe der Erde verbrauchen so viel Schadstoffe oder produzieren so viel Schadstoffe wie 750 Millionen Fahrzeuge oder alle Fahrzeuge der Bundesrepublik Deutschland in 16,5 Jahren. Ja, super. So, aber diese Diskussion wird gleich gestellt. Ja, ich weiß. Ja, aber wir wissen, aber eine Frau, die sich jetzt vielleicht als alleine ziehende Mutter, die kriegt jetzt da einen Aufkleber drauf und darf jetzt beispielsweise nicht mehr durch die Stadt fahren. Ja, und während draußen zum Beispiel die LKWs fahren, morgens fährt ein LKW von Polen, von Warschau aus, los nach Essen mit Rohstahl und an demselben Morgen fährt in Essen ein LKW mit Rohstahl nach Warschau. Und die treffen sich irgendwo unterwegs voneinander vorbei und tauschen nur den Rohstahl aus, wissen natürlich nichts voneinander. Auch da findet kein Clearing statt. Und da geht es um unsere Umwelt. Wie wollen die das alleine schon auf dem Außenhandelsdefizit machen? Also das ist, das schneide. Aber in Wirklichkeit ist es doch bloß eine Abfragprämie 2.0, um mal wieder irgendwelche Nachfrage zu erzeugen. In dem Fall jetzt halt auf Elektroautos. Und auf Kosten der Natur, weil die Elektroautos natürlich ein dramatischer Umweltverschmutzungsfaktor sind. Wahnsinn. Dramatisch. Und man auch mit dieser Klimaerwärmungsgeschichte natürlich von den Umweltproblemen ablöst. Wir haben solche gigantischen Umweltverschmutzungsprobleme. Wie kann es sein, dass wir Autos verkaufen dürfen im Prinzip aus irgendwelchen Ländern, die ganz fern weg sind, die eben halt keine Umweltschutzgesetze haben, die keine Humanität haben, die Ausbeutung der Menschen, die Ausbeutung der Natur, die Verschwendung von Rohstoffen. Die Autos dürfen wir kaufen. Das ist doch absurd. Warum sagen wir nicht Stopp? Dann heißt es aber gleich, Protektionismus. Der will die Märkte stoppen. Ich bin ganz klar für Globalisierung. Ich bin ganz klar Befürworter der Globalisierung, für Humanität, für beispielsweise Gleichberechtigung der Arbeitskräfte, dass alle gut bezahlt werden müssen. Ich bin für die Globalisierung des Umweltschutzes und damit natürlich auch für die Fernhaltung von Produkten, die nicht unter diesen Bedingungen zustande gekommen sind. Aber mit Globalisierung meint man nur Profit, sonst nichts. Ja, das ist ja das Problem. Wir wissen es alle. Mit vielen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, kamen wir ab und zu auf diesen Punkt. Es gibt ja Menschen, die wollen gleich die ganze Welt retten. Wieder andere, die sagen, erst mal das Land. Die stehen dann im Verdacht, nationalistisch irgendwie geprägt zu sein. Aber wie du sagst, wir müssen im Dorf anfangen. Wir müssen im Kleinen anfangen, dann wachsen. Dann kommt automatisch irgendwann das Land und dann kommt hoffentlich eines Tages die Welt. So soll es sein. Dann hoffe ich in dieser Weihnachtszeit, mein lieber Andreas, dass du gut vorbereitet bist. Davon bin ich ganz überzeugt. Das bin ich. Ich denke, ich bin auch ein bisschen. Ja, so. Ich wünsche euch mit der Wissensmanufaktur, auch bei dem bevorstehenden Kongress, den ihr abhaltet, viel Erfolg. Dankeschön. Ich freue mich auf die Videos. Mit den besten Grüßen zurück nach Kanada. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Vielen Dank.